Harz und Herzlich, Jasmin spricht über ihre Trauer nach einer Totgeburt in der 35. Schwangerschaftswoche.Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass Jasmin, eine Protagonistin aus Harz und Herzlich, eine tragische Totgeburt erlitten hat. Nun hat die 20-Jährige offen über ihren Verlust gesprochen.Jasmin freute sich sehr auf ihr zweites Kind, und ihre Schwangerschaft wurde in der RTL 2 Sozialdoku Harz und Herzlich dokumentiert. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen fanden vor einigen Monaten statt, als Jasmin noch schwanger war. Mittlerweile ist den Zuschauern bekannt, was geschehen ist, Jasmin hat ihr Kind verloren. Eigentlich plante Jasmin, nach der Geburt in ein Mutterkind heimzuziehen, da sie mit ihrem ersten Kind Lanox stark überfordert ist. Ein Einzugstermin war bereits festgelegt, doch aufgrund der dramatischen Ereignisse rückt dieser Plan in den Hintergrund. Jetzt sprechen Jasmin und Maik zum ersten Mal über ihren schweren Verlust. Es tut einfach nur weh. In den vorherigen Folgen von Harz und Herzlich musste Jasmin bereits ins Krankenhaus. Ich musste den Krankenwagen rufen, weil roter Schleim abgegangen ist und Wehen eingesetzt haben, erzählt die 20-Jährige in der Sozialdoku. In den kommenden Episoden wird deutlich, was passiert ist, Jasmin hat ihr Kind verloren, es tut einfach nur weh, sagt sie. Am meisten schmerzt es, weil es ein Wunschkind war, auf das wir uns so sehr gefreut haben. Punkt frühere Fehlgeburt angedeutet Punkt Jasmin befand sich bereits in der 35. Schwangerschaftswoche, und alles war für das Kind vorbereitet. Der Entbindungstermin stand ebenfalls fest. Ob sie weitere Details zu ihrem Verlust teilen wird, bleibt abzuwarten. In einem Post vor einigen Monaten schrieb sie, drei Wochen ist es nun her, dass du diese Welt sehen und verlassen musstest, Prinzessin. So gerne hätten wir dich länger und öfter in unseren Armen gehalten, dir unsere Liebe gegeben und dich mit deinem Bruder aufwachsen gesehen. Besonders tragisch ist, dass es nicht die erste Fehlgeburt für Jasmin ist. In einem Instagram-Beitrag teilte sie mit Twins, Junge und Mädchen, 12 2019 und Baby Mädchen 05 2022 und Baby L02 2024, Baby Engel, wir lieben euch. Damit deutete sie an, dass sie bereits zuvor ein Kind verloren hat. Das ist nicht die erste Fehlgeburt für Jasmin.